Das ist schon trocken. Sieht groß aus. Is this one of the living our coastline? Ja, die haben schon gefressen. 15.30 Uhr ist die nächste Fütterung. Wenn du jetzt eine Makrele hättest, Gunnar, dann wärst du Chef am Ring hier. Ja, da würden die springen. Nein, nein. Das ist meistens hier. Sie haben auch ein Training. Wenn die Steine kommen, sie holen die Fische. Dann werden sie schlafen.